Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern, dritte Liga 2020-2021, Entschuldigung, 27 Spieltag, Hansa Rostock gegen Kaiserslautern, Ergebnis 2 zu 1. Startelfen, Hansa Rostock, Kolki, Natert, Löwenzuben, Kaisbach, Schwede, Roter, Bahn, Olmatik, Herzorg, Tüberis, Traurig. Startelfen, Kaiserslautern, Spahitsch, Jan Simmer, Kevin Kraus, Winkler, Henrik Zuck, Hecher, Schiftri, Uhaim, Manuel Ritter, Redondo. Und das war's von Hansa Rostock gegen Kaiserslautern, 17.17.